Zwillingsschwangerschaften bedeuten eine doppelte Freude, aber die sind auch mit Komplikationen behaftet. Eine Risikoschwangerschaft ist eine Schwangerschaft, welche mindestens ein Risikofaktum mitträgt. Dazu gehört das mütterliche Alter, mütterliche Vorerkrankungen, Komplikationen während der Schwangerschaft, eine Entwicklungsstörung des Fetus, der Gestationsdiabetes oder ein vorbestehender Diabetes mellitus, der Bluthochdruck, ein vorbestehender Bluthochdruck und Zustand nach einer Komplikation einer vorangegangenen Schwangerschaft. Zum Beispiel eine Frühgeburt bei der letzten Schwangerschaft oder eine Schwangerschaftsvergiftung, eine Präeklampsie bei einer vorherigen Schwangerschaft, aber auch eine Auffälligkeit im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung, zum Beispiel eine Fellbildung oder eine auffällige Durchblutungsuntersuchung, eine sogenannte Dopplermessung, kann zu einer Risikoschwangerschaft führen. Abhängig von der Risikokonstellation muss man die Patienten gegebenenfalls noch einmal einbestellen für eine Verlaufskontrolle und es gibt auch Schwangerschaftskomplikationen, welche man im Mutterleib noch einmal behandeln kann, um den Verlauf positiv zu verändern. Zwillingsschwangerschaften bedeuten eine doppelte Freude, aber die sind auch mit Komplikationen behaftet. Wenn Zwillinge einen Mutterkuchen teilen, dann haben die in bis zu 15% der Fälle das Risiko von Zwillings-Transfusionssyndrom. Beim Zwillings-Transfusionssyndrom bestehen Gefäßanastomosen, Gefäßverbindungen zwischen den zwei Nabelschnuransätzen, zwischen den zwei placentaren Territorien und in diesem Fall kann der eine Fetus Blutvolumen zu einem anderen schiften. Diese Komplikation einer monokorialen Zwillingsschwangerschaft kann man im Mutterleib noch behandeln, indem man eine fetoskopische Laserung durchführt und man kann dadurch den Mutterkuchen in zwei unterschiedlichen placentaren Territorien trennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017